hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu einem kurzen ankündigungsvideo ja heute möchte ich ganz gerne wieder mit euch streamen und zwar ja um 16 uhr auf dem ersten deutschen server winterstar und treffen diesmal hier hinten da bei Steve vorm stall auf dem reitplatz es wird ein level stream werden wir können ein bisschen über das update quatschen und ja was uns sonst so alles noch einfällt mal gucken und ja dabei möchte ich ganz gerne hier den kleinen sun madness leveln die ich gestern ja gekauft habe in dem stream der gestern abend noch spät gestartet ist und vielleicht habt ihr ja auch da noch irgendein pferdchen was ihr gerne leveln möchtet ihr könnt natürlich gerne ein bisschen weihnachtlich angezogen kommen würde mich freuen und ja wir sehen uns dann hoffentlich um 16 uhr bei steve auf dem ersten deutschen server bis dahin ciao